hallo und herzlich willkommen zu die kunst einfach zu bauen dein lieblings podcast wenn es rund um das thema bauen geht wir sind heute in freising in der orangerie zu gast und ich habe lukas und sarah bei mir sie haben vor kurzem ein grundstück gefunden und planen jetzt in eigenregie ein greenville haus zu bauen und von den ersten eindrücken und von den ersten arbeiten werden sie heute nun berichten und sie sind auch das erste mal das haus von außen ich wünsche euch viel spaß dabei hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen podcast die kunst einfach zu bauen und heute zu gast ist bei mir sarah und lukas und sie wohnen in der nähe von regensburg und ihnen ist es gelungen ein grundstück zu finden und jetzt muss ich als erstes wissen wie habt ihr denn das gemacht oder wie lange habt ihr gesucht überhaupt sehr lange also insgesamt erst vor sechs jahren glaube ich haben wir das erste objekt angeguckt am anfang wollten wir auf gar keinen fall bauen oder zumindest ich nicht also die ersten vier jahre habe ich mich gesträubt weil mir einfach so ein haus mit seele sehr sehr wichtig war und wo man sich einfach wohl fühlt reinkommt und das waren für mich immer nur ältere häuser die bereits bestehen und vor zwei jahren ungefähr haben wir das erste mal im internet eben ja die greenville häuser entdeckt diesen schweden hausstil und das war wirklich für uns so ein besonderer moment weil dann konnte ich mir auch vorstellen neu zu bauen und und wieso gerade solche häuser habt ihr die vorher im urlaub gesehen oder wart ihr mal in amerika oder wie kommt in amerika waren wir zweimal schon haben so eine ostküsten tour gemacht und ja einfach auch oder diese diese mischung aus modern durch diesen amerikanischen stil und halt auch dieses romantische vom schweden haus pipi langström einfach diese kindheitserinnerungen ja das war für uns der ausschlaggebende grund dass wir gesagt haben hey wenn dann nur sowas also weil das ist eben was mir alte häuser auch vermitteln dieses jahr genau das ist das grundstück haben wir eigentlich vor ein bisschen mehr als dem jahr ungefähr entdeckt klassisch der glückstreffer auf einem bekannten internetportal ok und haben aber extrem schnell zugeschlagen haben das noch in der nacht besichtigt mit dem verkäufer der kann man dazu in der nacht im dunkeln sind wir hingefahren und auch älterer es ging sehr sehr schnell und alles glücklicherweise reibungslos und warum habt ihr es gekriegt und niemand anders also weil der hat ja sicherlich viele viele anfragen er kommt aus der baubranche der verkäufer und hat auch gesagt er hat noch nie in seinem leben nachts ein grundstück angeguckt das hat ihn sehr imponiert dass wir wenn wir was wollen und so dahinter klemmen und die sympathie hat gepasst von anfang an und letzten endes wer zuerst kommt mal zuerst war tatsächlich da auch ausschlaggebend also muss man schnell sein weil die meisten also kunden die ich habe oder interessenten die sagen halt ich finde kein grundstück die suchen und suchen und sagen ich finde kein passendes grundstück also kann man sagen wenn man was sucht geschwindigkeit und kontinuität oder ja also insbesondere wenn man was gefunden hat ja dann muss es sehr sehr schnell gehen also vielleicht als als tipp man sollte wissen was man sich leisten kann weil dann erst in die in die ersten bankgespräche zu gehen würde glaube ich viele verkäufer verschrecken wir wie habt ihr denn das gemacht erzählt das mal wir waren letzten ende schon davor bei der bank haben geguckt haben unseren unseren haushaltsplan mittels excel aufgestellt dass man auch wirklich sieht wie viel können wir uns leisten wie viel wohnstück wie viel haus können wir uns leisten und auch sondern ich sag mal eine mündliche voraus zusage der bank ist es eigentlich schon dass sie mitgehen dass sie mitgehen nichts schriftliches aber dass wir einfach wissen wenn wir ja sagen bei einem grundstück dass wir dann sehr schnell auch wirklich den den kauf abschließen können weil der verkäufer will ja auch nicht noch drei monate warten der setzt es ja rein um es so schnell als möglich zu verkaufen ja gibt ja auch noch gesetzliche fristen wir dann einheitlich mit notar und so genau ja und und jetzt wenn wenn ihr dann das grundstück also wenn ihr ihr kriegt von der bank meinetwegen hat das budget gesagt bekommen von der bank was ihr euch insgesamt leisten können dann habt ihr ein stück fürs grundstück von dem geld und dann der rest fürs haus war euch denn klar dass das rest fürs haus reicht oder wie seid ihr denn weiter vorwärts gegangen oder was ist dann die nächste nächste schritt gewesen oder wie seid ihr denn was habt ihr gemacht haben wir sie angerufen ja das weiß ich noch kriegen sie sehen das weiß ich noch das weiß ich noch oh gott ob das wohl geht aber da habe ich gerade eine idee wir könnten da in haus ein eigenregie draus machen ja und genau ja aber ähm erzählt mal erzählt einfach mal darauf oder erzählen sie es doch mal wie haben sie mich angerufen oder wie kommen sie dann auf die idee überhaupt mich anzurufen viele sagen ja die häuser kann ich mir eh nicht leisten und rufen mich gar nicht an ja ähm ich habe bei instagram war das anfang des jahres ähm einen beitrag von ihnen gelesen wo sie eben gesagt haben ab 2019 auch für familien umsitzbar oder ich dachte das trifft ja auch uns zu ja das steht in einem beitrag oh manno vielen Dank manno manno ist meine mitarbeiterin die sitzt in amerika und die macht die instagram beiträge cool und ähm ja und dann habe ich gedacht ach jetzt probiere ich es doch einfach mal und wie gesagt es wäre auch für uns wirklich nichts ähm anderes in frage gekommen also äh wir haben das mit dem grundstück zugeschlagen weil wir gedacht haben okay das ist da passt auch so ein haus hin das passt sicherlich auch nicht in in jedem grund oder halt wo der bebauungsplan dann so offen ist dass man das einfach gestalten kann ähm aber das war klar dass das so der zweite schritt ist und dann hat das das war auch noch ein Punkt dass wir der bebauungsplan dass wir von anfang an wussten da können wir es bauen ja okay es gibt ja oft so einschränkungen dass man sagt ja da habe ich mir ein grundstück vielleicht gekauft kann aber gar nicht das traumhaus drauf bauen was ich will also also das hat mir vorher noch abgeschickt deshalb haben wir uns genau den den bebauungsplan letzten endes angeguckt die ganzen regeln was wir alles machen dürfen und nicht machen dürfen und in diesem bau oder auf diesem baugrundstück durften wir letzten endes davon fast fast alles bauen okay und dann weiter was war der nächste schritt erzählt das mal all denen die jetzt so zuhören okay dann genau da habe ich sie angerufen und dann dürften wir sie besuchen ähm und genau in obbach waren wir dann im musterhaus und durften uns dann erste eindrücke schon mal ähm holen und haben uns schon ein wunderschönes haus besichtigt mit ihnen und genau dann ging das eigentlich alles schlag auf schlag also ich glaube so lange ist es ja noch gar nicht her dass wir uns persönlich kennen dann habe ich euch dann habe ich euch ja sechs wochen erst genau dann habe ich euch eine checkliste gegeben für den vermesser und was habt ihr da für erfahrungen gemacht mit den vermessern die ihr nun angefragt das ist eure erste anfrage gewesen ja ähm bezüglich preisen ja die erste erfahrung genau wie ging das erzählen sie mal also ich habe glaube ich vier oder fünf vermessern aber es angeschrieben oder habe sie zuerst angerufen habe gesagt also ich habe hier so eine checkliste das muss das angebot enthalten ich lese ihnen mal vor das fanden sie dann schon ganz witzig und habe ihnen das dann auch mal danach per mail geschrieben drei haben sich dann zurück gemeldet von den vier fünf die ich da angefragt habe und genau und das war eigentlich gar kein problem also mit dieser checkliste dass man weiß hey was klar mit das schnurgerüst was da drin steht als laie hat mir das am anfang jetzt auch nicht so viel gesagt wenn man sich damit beschäftigt aber das ist was macht wahres und die leute finden es witzig dass man eine checkliste dafür hat und das war eigentlich so gar kein Problem geht doch nicht ohne also muss man fairerweise dazu sagen ohne ohne die checklisten auch die checklist mit mit anderen unterlagen was benötigen wir wäre es nicht gegangen weil wir sind leihen ohne das keine chance also wir hätten bestimmt irgendeinen vermesser bekommen werde auch irgendwas vermessen aber nicht das was am schluss sie benötigen dafür ja und auch um im grunde genommen ist es ja dafür da den besten preis rauszufinden und zwar mit einer komplett leistung weil ansonsten kriegt man nur diese einzelnen stufen und beim nächsten mal muss man wieder ein angebot haben dann ist es wieder 100 euro teurer und so summiert sich das ganze und um diese kosten in griff zu kriegen dafür ist es im grunde genommen notwendig ja so dann habt ihr ja heute nun das erste mal eure pläne gesehen wir haben schon gesagt es fühlt sich an wie heiraten noch mal heiraten von der aufregung her ja ist das so ja und bei den also vielleicht muss man fairerweise noch sagen wir haben ja die pläne gemacht aufgrund dessen was wir uns unterhalten haben also ihr habt einfach erzählt wie ihr wohnen wollt und zu wieviel prozent haben was hingekriegt nach dem ersten wurf also wir haben wir 105 prozent glaube ich also alle unsere wünsche die da drin sind wir sind gestern aus dem urlaub gekommen und dann haben wir gesagt was was so die wichtigsten sachen sind und ähm eigentlich ist alles drin von der von der von der s nische wo wir gesagt haben das wäre ein traum es ist alles drin was wir uns wünschen die klöntür die wir witzig finden es ist alles drin was wir brauchen die außen sauna die auch sonst keiner hat also alles alles drin okay das sieht man ja es sind fast keine änderungen da drauf okay dann kommen wir jetzt mal dazu und zeigen mal die außenansichten die habe ich mitgebracht die haben wir schon fertig die kennen wir noch gar nicht nein die kennen sie noch nicht das ist jetzt der videoeffekt das ist jetzt so der videoeffekt genau wenn ich es denn finde also irgendwo müsste dann der name sein genau so und dann Teterité geht es jetzt mal los wow und geil mega richtig richtig schön oh Gott richtig 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 schön super schön ja ja Hammer schöner als in den Träumen da bin ich aber froh jetzt wir haben noch ein paar andere Ansichten wir können sie auch immer rein zeigen ich weiß nicht ob man es in der Kamera sieht Hammer ist gut gefällt es euch sehr gut wir sind auch also weil wir ja das Budget kennen es ist nichts dem Zufall überlassen es sind einzelne Fenster wir haben keine doppelten Fenster also um die Kosten der Fenster einfach auch gering zu halten ja aber es passt auch nichts anderes es ist einfach perfekt es ist wirklich perfekt Moment jetzt zeige ich euch noch eine andere Ansicht wir haben wir noch ein paar Ansichten ups Moment Wahnsinn ist das schön gefällt es euch gefällt es euch so das ist mal hinten mit der Tonnen Sauna wenn ihr diese wollt und hier sieht man einfach das ist das Fenster von der Treppe okay ja schön hast du da auch da ein Fenster für ein Spiel und dann haben wir hier noch eine Ansicht mehr Ansichten haben wir jetzt heute nicht aber dass ihr das auch nochmal seht wow okay richtig schön sehr sehr schön ja da bin ich jetzt aber froh dass es euch gefällt da bin ich ja richtig froh äh echt richtig richtig schön äh sprachlos das ist echt Fensterleben das ist für ein Podcast gerade ganz schlecht dass ihr sprachlos seid das ist gerade ganz blöd sehr wunderschön ja und der nächste Schritt wäre jetzt also ähm ich kling mal jetzt im Podcast aus sonst kann ich nur schweigen hier der nächste Schritt wäre im Grunde genommen wenn euch das gefällt also wir machen noch ein paar kleine Änderungen was wir gerade jetzt besprechen und der nächste Schritt wäre einfach die Kalkulation dass wir einfach in das Budget reinpassen und ja dann treffen wir uns einfach das nächste Mal und dann besprechen wir das weiter super sehr gerne und wenn ihr alle Lust habt dann kommt einfach das nächste Mal wieder bei uns in den Podcast und dann seht ihr wie es einfach ist zu bauen ja okay also tschau tschüss bis zum nächsten Mal über Bis zum nächsten Mal.